Okay, okay, okay. So, are you ready? Ach, einfach. Das ist 20 Versuche. In a good way. In a good, straight ahead, low IQ kind of... It's the new meds. Okay, armed robbery, here we go. Here it is. Keep it simple. You go in heavy, you go in well armed. Some of you will do crowd control. The vault team will go downstairs. The first vault door with the thermal chargers. Then you need the card to get into the network and open the second vault door. And then look out, because you'll have about two minutes before every cop in town is waiting for you outside the bank. Oh, that's going to be crazy. You get on the bikes, you split, and we meet at the rendezvous point, okay? Okay, good luck, people. Let's go. Everything is all good. Oh... I'm sorry. I'm sorry. One million reward is nothing. I'm sorry. I'm sorry. But you're the only one. I have to pay $100,000. I have to pay $100,000. How much? How much? How much money has you? 100,000 or so. Okay, dann bekommst du auch Norbert. Ja, aber wenn er sein Auto verkauft, hat er wieder... Also, Carlo, wir haben das meiste, glaube ich. Ich habe 40.000. Ich habe mir das ja lange erarbeitet. Also, Funky und Antoni, ihr könnt euch das meiste geben. Achso. Also, nein, bitte nicht. 50-50-0. Was ist denn jetzt? Hacker? Sprengmeister? Bewacher? Bewacher? Mach 30-30. Wie viel Geld hast du noch? 20-20. Ich habe noch knapp 4 Millionen. Brauchst du viel Geld oder weniger? Gebt mir 10 Prozent, das reicht. Frank ist der Hacker, Antoni ist der Sprengmeister. Wie willst du? Ist mir egal, reicht so. Mach noch bei mir 30, ja. Warte, so. So. Leider sind wir damit zufrieden? Ja. Gut, Antonio hat damit richtig gut verdient, aber es passt. Ja, ich fuhr doch 3-mal oder 2-mal Platin. War er noch bereit dort? Ja, hol's. Ich bin bereit. Ja, ich bin bereit. So, salopp. Ah, Polizei. Nee. Ja, Quarantäne. Wir können's klassisch. Ja, müssen wir wieder. Wir müssen wieder Quarantäne nehmen. Und den vierten Bunter. Gelb, bitte. Wollen wir alle schwarz machen? Ich mach gelb. Alle gelb, alle gelb. Funke ich auch gelb, bitte. Okay, wenn andere gelb machen, machen wir nicht gelb. Mach ein Tun, mach gelb, komm, bitte. Was ist denn das? Oh, ne. Oh, man. Black and Yellow, Black and Yellow. Und weiß. Oh, ne. Hä? Meint, du bist mein Zappropa? Aus Park. Der Fahrter 4, Pluto. Dieses, dieses viel gescheiß, Alter. Und, das ist meins, funky. Oh, oh. Meins, 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 meins. Oh, ich war Benz. Ich war Punto. Ich war mit anytime so schweißgast. Also, ich war mit dem Scheißkarrefe. Scheiße, der kriegt mehr durch. Ja, das ist fair. Ich war mit der Masse. Ha, ich war mit der Masse. Ich war mit dem Scheißkarrefe. Das heißt, nicht rumschießen. Natürlich fährt es zu unerfällig, ich fährt auf der falschen Straßenseite. Du bist bei Gelb über die Ampelfahrt. Also in den Korten ist wahrscheinlich unerfällig. Meine Fresse. Irgendwann sind wir? Mein Auto ist halt zu schnell, weißt du, das ist ein Problem, Leute. Don't fuck it up, hat er gesagt. Ist es jetzt gerade in der Bank? Ja. Ich glaube nicht. Hä? Wir laufen da ganz bequem rein. Keine Bissensis. Keine Bissensis. Keine Bissensis. Also ja, mit Kabel bin ich. Am besten zu einer Schleife. Hihihi. Tobi, wie so ein Bewacher. Ich glaube, ich habe auch extra Munition gekauft. Los, los, wir wachen können. Hallo, nicht abschießen, glaube ich. Ey, das war ein Polizist. Das war Polizist, ja. Komm, Tobi. Also müssen wir das alles holen, oder müsst ihr das holen? Wir holen was und wir bleiben hier, würde ich mal sagen. Wir kommen ja hier nach links. Hier ist falsch. Die Einschüchterung sollte nur umsenden werden. Nur umblenden, ja. Ja, wer, wer stellt uns mal hier? Ich schließe die Lichter ab. Das ist ein Glas fern. Ich muss das nicht verheißen. Ich muss das holen, achso. Gibt's mal, Funky. So, was ist das? Wollt Sie, das Zeug mal holen? Hä? Was denn? Funky, ich muss die Menschen etwas unter Kontrolle halten. So können wir jetzt setzen. Ich muss das nicht machen. Oh, ich schiefe mal ein paar. Ihr wisst ja, ihr müsst mir den Rücken decken. darf ich den geisel töten? eine? nein! wieso nicht? bei einem anderen bankgebefall ich glaube ihr seht schon eine Tote da links? ja da liegt eine Tote ja egal warum Gegner? ich möchte ihn hacken oder wie? also gut dann glückliches hacken wer hackt denn Tresor? ich ich kann das wahrscheinlich gar nicht ich deck dir dann auch das ist wie das Snake-Spiel? dann ja oh jetzt muss externes Medium weg ja wir haben vierer Zeit gesagt haben wir zwei Minuten nein vier Minuten haben wir noch im letzten Buchstaben ist nicht gut zu mir please don't shoot me wie die schreien alter so wirst du glaube ich auch anfangen dann fühlst du wieder lachen und ich bin tot ach sie blauen Punkte sind die händschenmengen du die Menschen, Carlo die die hellenblauen Da kommt jemand links. Also über die Treppen und so. Guck mal, was ich hier mache. Was? So toll, oder? Seh' dich nicht. Ich bin unten. Ich kann mich nicht dabei rumhauen. Der Alcarabiner. Oder hat Gewährs besser? Ja, guck, die wir sind stille zu weit schon. Das müssen wir noch zweimal hätten. Ah ne, ich muss hier einsammeln. Nippe wiederholt da, um das Geld aufzusammeln. Okay, je mehr wir A drücken. Oh, mein Knochen wird schon weg. Was ist das denn? Oh, oh. Geht auf zwei Minuten. Aber wir wurden schon rausgelöst. 700.000. Sorry. Ja, wo? Okay, dann haben wir jetzt gleich. Ich meine, das ist gleich. Achtung, da kommt einer. Okay, du ihn. Okay. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Mach du den. Ich bin auch fertig. Das ist natürlich. Das ist über uns. Hauptetage. Achso, da. Wir kommen, wir kommen. Wir kommen hoch. Da bin ich noch. Warte zu. Der mich persönlich ist ein Scherz weg. An die Wand ran gehen. Wir müssen uns verstecken hier. Hier ... Hier steht ... Also, ja, wir waren ... Wenn die alle gesammelt haben, müssen wir irgendwie rauskommen, wahrscheinlich. heute eine neue Mann ist dass ich habe eine Million und er hat eine Million da ist glaube er bei der Verkaufung wie das ist er in der ersten Raketenwerfer die Schöne und nicht entkommen der zur Raketenwerfer fünf Prozent erlaubt diese Chemikalien Euro um seit ich mich tat ihre ja ich ich sagte wirklich Hohoho, keine Ahnung. Alter, sieht aus, Alter. Jetzt alle mit Racketen. Hä? Alle? Racketenwerfer? Alle Racketenwerfer, wartet. Wartet, wartet, nicht aufmachen. Wartet! Wer macht auf? Einer! Ich! Drei! Zwei! Warte! Du musst die andere Tür aufmachen. Einer! Die ist einfach beim Racketenwerfer. Warte! Junge, komm wieder rein! Oh Junge, du darfst nicht abgeschossen werden mit dem Geldsack. Das Geld fliegt da raus. Ge weg, ge weg! Was machen wir das? Was? Hä? Das ist so dumm. Wollt eigentlich durch die Tür schießen, aber was darf wohl? Das auch. Mach lieber so weiter. Wir müssen los, wir müssen verabschauen. Ach so, wir schleib da drin. Da bläst du das, dass ich da drin bin. Wir haben schon 100.000 verloren. Ja, weil ihr abgeschossen solltet, raus hier. Es ist noch irgendwo einer. Was? Ja, okay, können wir das nochmal neu versuchen mit einer Million. Direkt. Ja gut. Aber diesmal, Antonio und ich bleiben erstmal drin. Ja. Wir machen erstmal die Vorderen normal. Antonio. Wir müssen ja nicht die Autos, wir müssen ja nur die Insisten zahlen. Das waren ja nur so 30 Stück. Ja, aber die Polizisten stehen neben den Autos. Uiuiui. Aber bisher? Okay. Stell dir vor, wir müssen wieder dieses Scheiß-Arc-Spamme machen. Ne, ich denke mal jetzt, ab dem Punkt, das war so ein Checkpoint mit dem Versammeln. Auch da geht's weiter. Ja. Ja klar, aber wenn, dann rast sich. Erstmal wie Arsberg. Das wäre ja behindert. Okay. Aber doch einmal! Einmal schieb! Warte! Warte, ich schieb! Warte, ich schieb! Ne, nicht! Dein Tonio! Wir haben jetzt schon wieder Geld verloren. Ja! Die Cops clear all vehicles near the bank! Mein Gott, 6000. Hier vor! Was? Was war ich nicht? Einmal schieb! Wenn du jetzt umsteck dich doch! Ich bin ja versteckt, ich treffe mich ja nicht! Ich schieb da mit der Kurs. Ich muss raus hier! Kann nicht raus schieb! Ja, das reicht! Okay. Das ist aber noch einer, Tobi. Na ja, nicht umbringen. Du bist doch raus, ne? Warte, ich geh mit Trakin. Ich krieg mir einen Raketenwerfer hier raus. Warte. Ich muss noch einen da rechts umbringen, dann ist es okay. Achtung, das ist ein Gegner. Weg hier, raumt rein, raumt rein, raumt rein. Lass Snacks essen, lass Snacks essen, schneller. Ich hab volles Leben. Ich nicht. Warte, ich brauch ne Panzerung. Du verlierst doch von unserem Anteil Geld. Ich hab keine Panzerung mehr. Oh, Achtung, Achtung. Wenn du keine Panzerung hast, bleib hier drin. Jetzt geh ich in den Panzerung rein. Was zur Hölle? Nein, nix da. Alles gut, Carlo. Da ist ne Handy irgendwo. Nelly? Oh, 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 oh. Komm rein. Hauptsache die ganzen Zivilisten. Ist doch noch ein anderer Ausgang. Ne. Alter, ich werde überhaupt hin. Wo müssen wir hin? Ist es weit weg? Ja, ich glaub, das sind so zwei, keine Ahnung. Bestimmt 300 Meter unser Ziel. Kann ich rauszoomen. Alter, Alter, wer schießt mich da? Mal ruhig. Ganz ruhig. Der wollte sich erschießen. Ähm, Freude der Fluchtroute. Wir müssen raus. Wir müssen raus. Ja, wir können ja nicht ewig hier drüber sein. Alter. Wer ist mir den Weg gelaufen? Was machst du, Funky? Ich war hier. Wo ist der Heli? Wo ist der Heli? Oh fuck. Zum Glück war das nicht teuer. Robert, raus. Der Heli ist direkt über mir. Der Heli ist. Er ist dauernd. Gut, alle raus, alle raus. Er landet auf mir. Wartet, wartet. Gleicher Gedanke, Alter. Nochmal, nochmal drauf da, nochmal drauf da. Nein, das ist unsere Motorräder. Ja, da gut. Kann man sich in den Bäumen verstecken? Ich bin immer noch getroffen hier. Der ist auch kein automatisches zählen aktiviert, ne? das war wir müssen wir müssen irgendwann wo ist denn der eine noch dahinten ich hab ihn jetzt aber da ist noch jemand habt ihr den? warte ich mach mal die anderen 2 links 2 rechts 2 links ein Tonio halt dich zurück wir haben schon fast 100.000 verloren ja das geht nicht ohne Verluste ihr aber auch von hinten von hinten kommen welche hab's gesehen ich bin vorne ok wir machen hier leer hohoho da kommt immer mehr von hinten nice also ich bin fast tot kopp mal hinter kopp mal hinter da snack inventar pflanzerung folge der flucht wo stehen die Motorräder wir sind immer weiter weg glaube ich die kommt von hinten alter ich respawn da die ganze Zeit ja klar wir müssen weiter lauf mal bisschen geht schwer für mich wenn ich ständig beteil den Arsch krieg ok irgendwo ich glaube hier kann man schießen ok machst du die jetzt kommt mal kommt mal vor kommt mal vor zu uns hallo hallo weg da gut versteckt der kinden helft nochmal hier der kinden Tobi was macht ihr ja Mulcher ich sag doch ich der kinden kümmert ihr euch noch vorne ne ok wir machen beide hinten fang Carlo äh fang äh Antonio alter ich hab den One-Shot gegeben ne der ist noch nicht tot Tobi alter jetzt hat er jetzt nicht mein Snack ja nochmal vorrücken nochmal ne Haftbombe werfen alter da Achtung das oder da kommt noch einer hier nochmal zurück Headshot los warte ich mach ich mach weiter hier hinten ja ich hab einen gekillt ich mach weiter hier hinten machst du alleine allein ist nicht viel das ist direkt mein Headshot das ist Achtung Carlo wohin rechnen das ist da ja ich sehe den nicht das ist komplizierter wenn es zwei wären hier ist ein guter Platz erstmal zum abschießen hier hinten ich mach hier hinten weiter ja ist einfach hier hinten das mein direkten Headshot ist zu einfach ey pass auf dass unsere Motoren nicht zerstört sind äh zerstört werden die sind viel weiter weg Tobi die sind gleich hier vorne also die sind auf jeden Fall um die Ecke schon mal so können vorrücken ich glaube hinten kommt keiner mehr können vorrücken können vorrücken hinten kommt keiner mehr wo seid ihr da steht Plus ne das heißt wir kriegen da Dings oder da ist Health Leben richtig ich könnte Panzerung gebrauchen ich weiß nicht wollen da hinten da hinten der Tod der Tod ja der Tod Carlo wer immer gelb ist der Tod werden alle unterschiedliche Farben anziehen sollen gelb da müssen wir hin oder Gott oh Gott oh Gott oh Gott hier weg jetzt kommt einer abschließend ich schieße den Alli ab ich hab keiner mehr, ich hab keiner mehr Moni tu'ne den Ernst? ist schon einer gestaubt? wie? da war ne, da war ne Terrasse hinter der ich fand nicht zu verpacken ich glaube ich bleib erstmal da oben gleich weil... Tobi ganz stirb ja, es war ok, also es war gut, kann man sagen ich glaube nicht, dass wir von Anfang an wieder anfangen müssen wir müssen von dahaus anfangen, denke ich das war kein weiterer Checkpoint ich glaube schon ein Checkpoint ist, wenn Lester was sagt mit Vorrücken und so ne, wir müssen... warte, warte, ich schieße raus, raketen wir einfach los warte, weg da, Carlo weg da, Carlo, weg da geh weg, geh weg, geh weg, da rechts, aber ist schon los alter was war ich? weg da, weg da Carlo weg da, weg da weg da, weg da oh komm, bin weg warte, warte, warte warte, warte also, ne alter ich mache das eigentlich nachher so mit den Raketen auch, äh... mit dem Gangort ja, ich hab noch zwei, wie glaubt ihr? alter, 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 alter alter, alter, alter wer weiß aber über mich mit Lachen, Funky wir dürfen doch wenig solche Lehm verliehen, das ist das Geschenk da ich find, vor allem das Unrend ist, dass ich da viel Geld von drin was ist jetzt passiert was ist jetzt passiert was ist jetzt passiert was ist jetzt passiert ah, wir müssen aus der Bank raus hey, wir sind alle nebeneinander aber wir müssen aus der Bank raus, wenn da unten steht aus der Bank raus wir werden von der Fall viel länger gut gut, gut, gut wir machen das so, einer schießt die beiden Türen auf, dann kommt direkt mal Raketenwerfer raus ja, aber ein Türen, du musst echt auch weg eigentlich sind die Lenkraketenwerfer, äh, die normalen Raketenwerfer ohne Lenk-, ohne halt Zielfassung besser aber die kriegt man ja erst ab was weiß ich wartet ich schieße ich schieße ich schieße schieße ich schieße ich hab die Polizeiwagen da vorne schieße ne, da ist niemand drin da ist niemand drin da ist niemand drin kein Leben hier verlieren versuch kein Leben zu verlieren wir haben schon 50.000 Verlust ist klar hallo Vector Antonio echter Carlo hallo Vector was ist, Antoni, du verlierst komplett die ganze Zeit Geld ja, aber wie, ich werd dich ja mal angehüttert natürlich, du bist mir in einem Feld du stehst hinten drinne ich steh einfach so wie ich da hinten hin ja voll kriegen wir es schon hin ich bin auch nicht behindert boah, Headshot aus raus raus wir sind da hinten wir können kein Auto einsteigen super wo willst du kein Auto einsteigen kann bist du sicher, weil es in keinem Motor wir sind jetzt schon wieder aus der Banken kommen wir müssen wer ist rausgegangen wir müssen alle rausgehen ja, ich sag so Funky aber er sagt ja wir wollen nicht raus man muss raus hä, da waren alle noch drin außer einer ja, ich war draußen warum muss man denn raus wir waren doch voll mindestens mal 2-3 Minuten da drinne ja, länger auf jeden Fall wir müssen alle gleichzeitig raus nicht jeder einzeln naja, wir kommen wir müssen einmal gleichzeitig alle raus ja, so'n Quatsch eben waren auch alle drin naja gut, wir machen es gleich so Funky wartet, wartet was ist anders Antony, kannst du jetzt hier auch mal da hinten nehmen Hihihi 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 Alle weg, alle weg raus raus, raus, raus alle raus, alle raus, alle raus aber alle was für alle raus was für alle raus da sind noch 100.000 Leute jetzt reicht's mir zack 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 spart eure Schieten und weiß nicht was da noch kommt Halley, Halley, Halley hey, der ist weg vorrücken vorrücken ich war weg Funky ich war weg Funky ich war weg Funky das ist schneller vorrücken ich war nach rechts Funky ich war nach rechts Funky kein platt los komm Tobi los komm Tobi 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 die zwei sollen vorgehen und wir bei anderen beiden Headshot Funky oh, der ist verholt von hinten hallo ja ja ja, was ist da hinten ich mach wieder weiter vorne kill die ja die von hinten kommen die in die die Gasse reinkommen kill dich ja gut, das ist das Wichtigste das könnte aber nicht gerade kennen so, da hinten sieht's relativ gut aus vorrücken ich mach weiter hinten ja, okay Antony, machst du weiter hinten? ja hab ich hab ich hab ich da uh ja, die waren eigentlich schon am Arsch aber nochmal rauf geschossen oh, da ist noch einer Carlo weg da Carlo in deinem Zaun ist einer warte doch warte doch in deinem Zaun ist einer da war ja, da kommt jetzt wieder einer so, aber der wird gekillt wenn der hier ist ähm er ist down ja gut Antony, du machst da hinten weiter, ja? warte, ich hab den hinter der Luft gekillt ja, passt vielleicht mal auf wenn hier ein paar Leute halt schön da sind immer Leute auf dem Balkon Antony, geht es bei dir da hinten? ja, ja hier kann man nachbaden mit B also mit der roten Taste ja, ja okay, bei der Vorrücken, oder? oder? oder das noch in einer den Reichsheten abschießen ah, da Carlo oh, ist voll eng äh jetzt ist Ruhe ich geh ins Park aus ich geh ins Park aus wir haben noch relativ viel Geld wir alle einer, wieviel Raketen habt ihr noch? ich hab eine ich hab 8 ich hab 8 ich hab 8 du machst den ganzen Heli Antony, du kannst ruhig mal ein bisschen runterkommen warte, ne, da ein Kehle ich da noch ne ich hab noch 3 Headshot ich seh gar nicht komm nach vorne komm nach vorne ja ja der geht ja nach hinten ab der ist auf dem Balkon, oder? ja ja, ja, geil war vorhin einer auf dem Balkon da kommt ne Heli, ich mach den ich hab den Toto von hinten welche von hinten hast du die Antony? ja, ja ihr müsst die von hinten machen ich bin ja ganz vorne warte, ich komm mit alter, ey oh, oh, oh die hinten sind tot gut Antony, du kommst raus du musst raus das war eng, ey, das war knapp ich komm schon danke ich hab den ich musste auch mal was ja ich hab den was ja mal losgefasst ich bin hier oben ne, das passt da hinten, da ist hinten noch irgendwo zwei das ist hier irgendwo verstecken irgendwo links von euch Karlo sind welche ja die kommen aber nicht näher die sind natürlich weiter auf unserem Weg wo ist das so direkt ne da ist links einer ich geh den, der von hinten kommt Gut. Irgendwo einer. Wo ist denn der? Hab ihn getroffen, der ist tot. Weiter los, los, los. Los, 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 alle sprinten, sprinten, sprinten. Scheiß auf die, wo da hinten noch sind. Das sind die Bikes. Da rechts sind welche. Scheiße, guys, komm schnell. Da oben sind die Bikes. Also weg hier. Sind schon tot. Ja, ich hab's gemerkt. also ich bin fast tot so noch angetet werden ich habe Hälfte Lämmen die Bikes bevor das Lämmen kommt ich bin schon lange da Alter Antonio ist Problem und sagt meinen Namen jetzt dass du dem höchst wo ich kann auch in die Lunde ist alle vorerst nix noch das ist vergessen das ist nur angetet wenn die Brücke und Antonyo wo bist du ich kann ja das Ding springen in den Türen Lämmen als Erwartung der Karte aufstehen der Brunnen in dem ich habe und die Spezialfähigkeit weil er will nicht trinken sowieso ich habe es noch alle drauf das geht's das ist was bei Antonyo hat meine davon Antonyo ich hab dir meine davon hingestellt wird der Wieso habe ich dir gerade gesagt dass ich mich ganz ruhig war nicht umfangen kann ich umfahren ok los geht's wir haben sie da und los hin 5km wohin wir folgen alle einfach machen eine Route alle Antonyo fahren oder wir müssen direkt in die Berge wir müssen zu dem Boot oder wir müssen wir müssen Schleißwege fahren Alter wie wärst du ja Antonyo rechts 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 ja ich fahre rechts nach vorne und da waren 5 Polizeibahnen auf dem Weg wir müssen dann auf die Berge auf den Reichen das ist untergeführt das ist so knapp ja passt auf lieber ein bisschen langsamer und Safety First bevor er runterfallt und stirbt und dann ist es so wieder raus ja wir haben ein Teamleben ja noch übrig das gut aber genau und fahrt wenn ihr seht auf der Mini-Mare wo die Polizeibahnen sind sind da könnte er ausweichen und du hast recht die Nutzung er hat es ist er in der Nähe mit 6 Uhr und als er liegt das wäre eine Hälfte und die die Leute das war gut fertig das war der Kompass der Vorhinein vorhin kein Auto doch so gut ich angehört ob ich zwei Mann gut da kommt viel Fokalos jetzt links 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 genau gerade erledigt wird den Tod kann ich machen jetzt scheißegal bis 20 und ich sage den Heli versuchte zu machen jetzt kommt Antone kommt zu wiederholen der schießt auf mich guck doch mal war die Helis ich muss jetzt ich habe sehr geimpft auch in Bergen aber hinter mir ist eine Leer wie die nix treffen die Raketen die treffen nix ohne Spaß also das ist noch nicht ein Heli erfolgt ich verpiss mich wir über die Berge gehen ich bin ich bin schon weg alter ich bin fast im Augenblick nicht über Autobahn fahren das ist tödlich ist es gerade in Ernste vor dem Autobahn ich fahre voll über die Berge nee nee ich bin über Berge ja wir auch wir fangen gerade keine Ahnung irgendwo ihr müsst halt aufpassen irgendwo könnt sie ziemlich stark runter gehen lauf Hey, mein Motorrad ist weg. Antonio, du musst mich abholen. Alter, fahr ich mich nicht, ich bin schon voll weit weg. Mein Motorrad ist weg. Versuch die Helis abzuschießen bis dahin. Ich komme. Ich habe gerade jetzt erstmal politisch... Okay, sorry Leute, das war's. Ich habe keine Chance. Wieso? Wer ist gerade in die Papierkau? Ich muss weg. Was? Ist es gerade in Ernst? Ja, jetzt ist sowieso vorbei. Herr Funky, als ob wir das überlebt hätten. Hä? Wieso hast du mir nicht geholfen? Ich bin so exakt hochgedreht. Ja, du, aber Tobi, der ist einfach vorbeigefahren. Ja, aber ich war schon... Ich war... Ich war schon zwei Kilometer vom Ziel entfernt. Ich glaube, ich war dieselbe Route wie über die Berge. Ja, ich fahr auch wieder die gleiche über die Berge, das ist wie einfach... Aber... Wir müssen erst mal aus der Stadt rauskommen. Nee, jetzt fahrt Antonio und mir hinterher, wir hatten eine gute Route. Ja, meine Route war wahrscheinlich genauso gut. Okay, wir wollen halt einfach alle, Carlo, komm, du weißt, wo die Route langgehen, Carlo, oder? Ja, ich bin da, wo ihr links gefahren seid, bin ich einfach rechts in die Berge gefahren. Ja, sind wir ja auch da. Aber wir haben nur noch 796.000. Ja, ja. Oh, okay. Wartet. Ich muss erst mal kurz auf der Route gucken, wo das ist. Stopp mal kurz. Sie ist da oben und lässt es mir den Boot. Wartet mal. Ja, egal, wir müssen jetzt... Ja, die Polizisten kommen auch hier hin, ne? Ja, jetzt, mit's go, mit's go. Wartet, wartet, wartet. Ja. Die Rollen sind schon da. Ja, der fährt noch. Carlo. Der fährt, der fährt da nicht. Achso, ihr seid schon da oben. Carlo, wo fährst du lang? Ja, er hört jetzt gerade aus. Augen zu und durch. Und dann bin ich gleich direkt in den Bergen. Ich folge. So, jetzt würde ich mal von der Straße wegfahren. Wartet, wartet du nicht von den Fotos wegfahren. Quark, Alter, der hat mich voll erwischt. Ey, ich nenne dich sowas Highspeed-Motorrad. Das ist wahrscheinlich eins von den langsamsten. Elektro. Aber wir müssen auf der Straße mal runter. Bei mir sind keine Polizisten. Ich fahr runter, wenn Polizisten kommen. Ja, dann fahr jetzt runter. Es sind auch keine da. Natürlich. Bei mir ist auch keiner. Also, bei mir sind Tauchen-Kops. Ja, bei mir auch. Also, fahr, jetzt geht's los. Ich fahr, ich bin da hinter dir. Lass es den Linkste beim Bergfahren. 53.000 GG Und Berghof So, jetzt Offroad, weil Warte, hier will ich eben auch Ich bin auf dem Berghof Wir müssen einfach Hier will ich runtergefahren, dann habe ich einmal die Straße gekreutzt und dann weitergefahren Lass mir die Scheiße weg, hier Hä? Komm, oh nicht, lass uns jetzt Meine steht nicht mehr auf Steht doch mal auf, Depp Oh fuck, Alter, wo's mein Motorrad? Ja, warte Oh fuck, Alter, wo's mein Motorrad? Musst du vielleicht ein bisschen quasi steh runter? Alter, mein Motorrad runter den Berg runter Hallo, Alter, hier links runter den Fluss runter Ja, ja stimmt Ja, das ist perfekt für den Weg Ja, genau, runter hier, weg hier Ja, so schnell wie's geht, weil ich weiß, weil ich weiß, wenn es Ich habe ein Heli abgeschossen Alter, das liegt ja perfekt auf dem Weg Ich bin grad voll gegen den Baum gefahren So, ziehen Aber die Berge kann ich halt nicht mehr fahren Ähm, schlechte Idee, da ist ein Fluss Und da ist sie Da ist ein, da ist ein Fluss Hey Wo bist wein? Oh, oh Oh, 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 oh 晃glos Oh der Bart, hier leck's Alter, ist er schlimm Ja, also ich bin, äh, eigentlich sicher tot Ich muss wieder Straße fahren, da hab nämlich keinen Fahrbahnuntersatz wirklich? Kann ich das zur Mitte abholen? Komm Toki wir müssen die Beschr airborne unter der Brücke Oho, Alter lenk das Funky frober traffic wir sind nicht der Arbeit Lass die Zuglinien lang fahren die Zuglinien hier Funky komm Antonia nehm du Korlo mit Ich hoffe das andere ist nicht fakt Das ist ein Zug Scheiße das Wettel auch so war ein Fluss unter Karten und ich brauche noch 1,5 Kilometer ich bin noch weit weg ich bin direkt hinter euch fast fahr auf den Zug, fahr auf den Zug schieben Funky fahr da geradeaus etwas besser Na dann kann ich auch noch ein bisschen ich versuche jetzt erst mal ein Auto zu bekommen wir müssen uns beeilen ich bin direkt hinterm Zug, und seid ihr? Funky fahr rechts ran und Kaulo kommt erst mal zum Tunnel wir warten hier genau wo seid ihr? im Tunnel, Antoni fahr da aus weiter fahr einfach auf der Beinlinie wo ist die Bahnlinie? muss hinterm Zug fahren, ich kann nicht ich mach mal, ich mach mal, ich mach mal ich mach mal, ich mach mal, ich mach mal lass den Zug vorbeifahren Antoni rennen, Alter Zug fahr schneller Antoni fahr da rechts lang Antoni die einfach mal, Kaulo, stopp, stopp, stopp das ist Antoni wir warten mal kurz auf Kaulo kann man nochmal zur Rückgruppe mit rechts ist der Graufe recht ist der Graufe das Leck ist der Übelst Extrem wir müssen da dann nachher rechts runterfahren kurz auf zu dem Ding und dann wahrscheinlich zu dem Buch oben und da nochmal mal kurz vorfahren minimal, nicht zum Ostern die sind schon dumm, oder? warte mal, ist... ist ne... nicht Nxt Ich hab' dann das Nächsten. Mentor. Nix. Ich würde gerne Schutzwester. Hallo Star, los geht's. Ich bin voll live, hab' aber keine Panzerung mehr. Warte mal, warte mal, wo ist die Route? Haltet mal an! Da kommt noch ein Tunnel! Ja, wir fahren weiter, bis wir rechts abbiegen können. Ja, nach dem Tunnel. Müssten wir rechts abbiegen. Müssten wir, außer wenn wir mitten im Berg sind. Wir haben auch nicht mehr so viel. Ich glaub' der Tunnel ist ziemlich lang. Ne, ich seh' schon das Ende. Dein Zug? Ja, der ist ein Zug. Den überräumen wir gleich wieder. Einfach rechts. Aber jetzt? Nur nicht direkt. Ganz schnell rechts. Angeblich sind wir noch 800 Meter weg, ja. Alter, geil. Ja, das passt auch. Wir sind halt 800 Meter weg. Oh, unsere. Da wär' jetzt nicht Sanchez geil. Oh, oh. Hallo, du fährst doch mit Männern auf die Straße. Fahr lieber hier mit uns. Hau uns lang. Komm hoch, du Kackauter. Und hol dir Ups. Scheiße. Hä, hier sind die Stadt einfach ein leerer Polizeiwagen. Oh, Leute. Okay. Sorry. Hä, wo ist die Straße? Okay. Ähm. Ich werd' wahrscheinlich sterben. Warum? Ich roll' mit 0,5 kmh wahrscheinlich einen Berg runter. Der Tipp steht nicht auf. Jetzt geht's richtig runter. Ich versuch' in der Zeit das nächste. Ich kann in der Zeit nicht mehr exerben. Scheiße. Oh, 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 oh. Halt! Wer war das? Das ist eine Straßensperre. Direkt an unserem Ziel. Wirklich? Du wirst mich kennen. Bei mir ist das genau das gleiche wie bei Funky. Hä? Was ist das für eine Scheiße? Ich roll' um den Berg runter. Bei der steht wieder hoch. Da war mein Motorrad. Wo ist mein Motorrad? Oh. Tobi nimm mal einrufe. Weil die Motorräder sind echt scheißegal. Ja-ja, aber du. Ich sage dann mit Tobi auch. Lass' es machen, Leute. Los, bevor sie aufimpressionen was passiert wird. Was? Ah, da-lass' weiter laufen. Lass' weiterlaufen. Lass' weiterlaufen. Wo ist das Boot? Wo ist mein Motorrad? Oh oh. Ich stolpere gerade, aber ich flieg' gerade nicht. Ist so eine Falle. Oh, das ist Falle, das ist Falle. Wie sind die Motorrad nicht mehr angezeigt? Wo ist mein Motorrad? und er kann runter aber dort die Gründen müssen hoch scheiße hat sich erst Rückendeckung durch den Tod ich habe keine Säge bei dem Motoren sind auch immer weg war es gut muss dahin ich muss da hin ich kann nicht hin beim Motorrad liegt da dann steckt er einfach bei mir mit auf oder so wo müssen wir hin leben da noch Leute ach da unten direkt der Heli schießt auf mich Alter was wo müssen wir hin da unten direkt hin da wo Antonio war wir müssen da durch den Tunnel durch wieder wie dumm sind die Regierungen ich bin drin wir müssen auf der Straße durch den Tunnel wir haben noch eine Minute 30 Alter wir machen weiter mit er ist gekommen uns was dagegen nicht tot doch weg es reicht ja wenn einer ankommt oder das ist nicht schweizende Erecker vor die Jürgen nur noch 550.000 Euro eine März wieder 800.000 alle vertreten uns wieder also wie war das man muss da hin und dann durch wir müssen zum Tunnel unten zum Tunnel und dann da durch und dann müssen wir weiter zum Canyon ja wir müssen zum Canyon und ich glaube da gab es noch ein paar Wegpunkte also wir müssen echt Gas geben ne dann wir sind direkt zum Boot das war nicht mehr weit so und dann